hallo und herzlich willkommen zu unserem format wir reagieren auf musikvideos und heute aus sauerbrücken die band sam ever mit dem song daddy's little girl und zwar dreht sich bei sam ever um eine ja ich würde schon sagen fast grunschige rockband das song ist auf jeden fall grunschig und wie hat so die aufmachung so 50er 60er jahre ist am anfang schwarz weiß und geht ganz ganz langsam und dezent rüber in farbe hintergrund der bei der band ist immer sehr 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 viel lametta und ich liebe ja lametta echt lametta ist geil lametta glänzt noch ein video mit lametta warte guck's durch ich guck jedes video durch hallo aber ganz ehrlich der song ist einfach nur grandios oh ja wenn man auf dem text hört ist er ein bisschen kritisch ja sehr sozial kritisch würde ich sogar schon fast sehr sozial kritisch das video geht so durch die geschichte der musikvideos von schwarz weiße farbe also so ein bisschen die warmer style finde ich also die erinnert mich echt so ein bisschen an die war und und das gefällt mir also natürlich sogar als alter punk rocker und ja die fan gefällt mir das sehr besonders oder mit mir waren habe ich das erst mal ganz gehört hallo was waren sie die ersten cds die ich mir selber gekauft habe ja also was ich würde sagen ihr habt alles richtig gemacht ihr habt ein mega geiles video rausgehauen ich freue mich schon aufs nächste weil ihr seid ja momentan sehr aktiv das ist ja nicht das erste seit langem also es kamen schon ein paar videos davor auch raus wir verlinken es wieder hier unten in der beschreibung genau schaut euch das an unterstützt die jungs natürlich das auch bei denen ein daumen nach oben da ja abonniert sie macht mit ihnen was ihr wollt und bleibt gesund wir sind raus wir sehen uns beim nächsten mal auf wiedersehen bis denn tschöö